ja so da mache ich jetzt mal stufen treppen so dann müssen wir doch wieder was ernten ja da ist ja noch mehr das ist gut das will ich alles mitnehmen ja jetzt ist nur die frage wie ich da hinkomme muss man ausprobieren moment steht das hier da über ne da steht da nicht über das ist bei der hiesigen architektur also da komme ich doch ganz gut hin da bin ich irgendwo runter gefallen das geht dann natürlich nicht mehr so aber ich kann da immer noch was ja es geht ein bisschen langsamer aber es geht kann ja mal mutig sein okay das geht schneller da muss ich zwar dann wieder und falsches werkzeug da muss ich zwar wieder nacharbeiten dann aber es geht also wie sieht das jetzt aus ja also irgendwie gefällt mir das schon aber das ist alles so so regelmäßig einfach wir müssen jetzt mal wieder bäume abschlagen und neu anpflanzen ich brauche noch mehr als hier ein so und so okay das ist gut nehme ich mal den wie steht und die sonne die gibt gleich wieder unter ja ein bisschen holz kriegen wir wohl noch ja das sind hier mit drei stemmen mit drei so stammteilen da kommt man eben nicht weit so aber da muss schon einen setzling das ist doch gut da kann ich den setzling das sind zwei gleich wieder hinsetzen einen dahin und eine dahin noch haben wir tageslicht ich könnte mal sehen dass ich mir eine dingsein baue hat das ist der großbaum jetzt ich glaube dass sie einfach mal stehen dass ich mit einem bett einstellen die links ums ins lagerhaus aber jetzt ich glaube jetzt wird es aber zeit da kommen einer g noch so da kann wir auch noch ein setzling entgegen oder so noch was ist das zwar auch ein großer oder hängt da irgendwas zusammen jetzt ist schon wieder nacht da ist auch wieder eine oder ist gleich die achs kaputt gegangen ich glaube das war es jetzt okay dann lassen wir das mal da muss ich mir noch eine neue achs bahn aber wir haben ja eisen wo ja stimmt oder oder viel mehr eisen eisen erz und das machen wir aber da ist schon ein skelett und creeper geh bloß weg jetzt aber schnell auch wenn ich kann ich auch schlafen naja mist ach weil da ein zombie steht ich habe hier drin keine kiste moment man da fällt mir ja was ein ich will einfach das ist ja auch besser einen unterirdischen zugang haben den mache ich ihnen die erkennen ok leute dann machen wir jetzt dann nutzen wir die nacht und machen einen unterirdischen zugang ich habe noch eine axt ok leitern ich brauche auch leiter das ist die sache also ich glaube die anderen die sind irgendwie weit genug weg ja so gut zwei leitern das ist ein bisschen wenig da ist noch holz ok was denn noch fichtenholz ich nehme lieber schwarz eichenholz so lange da kann er ist dann mache ich da mal stöckchen draus mit moment stück ok alles klar so so leiter wie geht das noch mal so und so und so und so 29 jahre ich glaube das heißt jetzt erstmal und ein ja ich muss auf jeden fall unterirdisch da was machen ganz klar die idee ist grundsätzlich mal gut der zombie macht man nix aus hier der auch nicht aber ich kann aber da rein gehen da ist niemand so jetzt müsste ich aber mal sehen habe ich er damit ja ich habe er damit das ist gut so dann baue ich mir nämlich hier drin jetzt auch einen aufgang so das reicht nicht ok da vorne moment da ist unser haus ok ich glaube dass da ja was du und das da nee das ist eins zu viel das hier das da müsste ja und wenn ich dann nicht probieren wir es doch einfach mal aus dann machen wir die bodenluke irgendwie da einfach so in der mitte so schaufel das ist ein risiko ja da wird schon gleich keine lava kommen aber ich kann ja auf jeden fall schon mal hier erst mal so eine provisorische leiter hinbauen aber wieso denn ich kann ja gleich also ich will den schacht ja dann ja doch eine provisorische leitung leiter wir nicht schlecht dann kann ich ja das nachher immer noch machen immer noch verändern wenn ich dann feststelle dass es doch die falsche stelle ist jetzt muss noch mal hoch gehen und sehen ob da noch ein gefälle irgendwo ist das ist es könnte sogar direkt eben ehrlich sein aber ein bisschen tiefer gehen ist ja nicht verkehrt wo reisen dann lassen wir es doch einfach mal hier so und buddeln uns da durch eisen der eisen erz eisen erz gut da mache ich dann zu und da hat man geradeaus weiter sind die frage wie weit haben wir denn jetzt schon ich stelle mich mal da ganz hinten hin das wird es auch kompliziert ich könnte ja natürlich das von außen irgendwie zählen und ihnen dann nochmal dazu habe ich aber keine lust das mache ich nicht ich schätze einfach genau wenn ich ein bisschen zu weit buddeln dann ist das ja auch egal so wie weit haben wir denn jetzt schon ich stelle mich mal da ganz hinten oh ja dann naja obwohl nee das reicht natürlich noch nicht weil ich muss das mikrofon mal ein bisschen näher an mich herren packen hier so ein bisschen tiefer so als sollte ich ein bisschen lauter wieder sein und ich sehe ein bisschen mehr auch wenn es hier unten nicht so viel zu sehen gibt aber ich sehe den bildschirm wieder ganz so ich glaube das reicht jetzt erst mal das mache ich dann noch mal eine fackel hin ja ich weiß nicht lieber noch mal ein bisschen weiter also ich will jetzt sich einfach von hier unten nach oben graben ich meine irgendwo komme ich da raus aber ich weiß noch nicht wo so das soll jetzt mal genügen jetzt wieder raus hier dann laufe ich mal oben wieder rüber da muss ich noch ein paar later nennen was denn da will ich ja gar keine hinhaben okay mal sehen wie sie nein raus manne ja die spinne die macht mir natürlich keine freude mensch das ist ein creeper da draußen naja egal dann wird wenigstens etwas spannend so da sind wir auf stein jetzt bin ich gespannt also entweder habe ich noch nicht weit genug gebuddelt also tief genug sollte das auf jeden fall sein entweder noch nicht weit genug oder ich bin doch ein bisschen daneben ich brauche mal eine leiter hin da warum denn da immerhin da soll doch gar keine hin so jetzt hoch da das ist ja schon wieder tag sehr gut und 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 was ist mit den zombies muss man da oben hin jetzt fangen sie an zu brennen so dass hier moment also wenn ich mal da so über kindern konnte über pilot doch das müsste das richtige sind hier da der zaun hier der hinten und dahinten ist der erdblock dann habe ich noch nicht weit genug gebuddelt dass wir bloß auf der vorm haus habe ich noch treppen ja ach komm geht doch einfach weg ist da drin jetzt auch noch einer moment kann ich von außen jetzt eben wieder hoch nee dann will ich mir mal da mit erde was hin bauen dass ich von außen dahin komme ja also auch so quer hoch dass das kanadi einfach besser ich sehe das immer wieder aber ja er ist einfach geschickt ok da drin sehe ich jetzt keinen oder ist runter gefallen so wie ich wo ich muss was essen dann kann ich auch wieder regenerieren ok spitz hat die hand da bin ich durch ok dann mache ich da gleich noch mal eine fackeln ok viel zu weit ja ich brauche das da ja nicht also kann ich das alles weg bauen soll ich das zu machen her kommen da habe ich bruchstein hin und dann ist dazu dann stört mich das überhaupt nicht mehr es sei denn ich will noch mal irgendwann in diese richtung aber komme ich da jetzt noch hoch da muss ich noch ein leiter in einem moment gar nicht wahr ich kann ja einfach hoch springen und unter mir steine hinbauen so und da kann ich ja auch einfach offen lassen ok dann gehe ich mal wieder zurück die erde soll natürlich dann noch weg ja das mache ich ein andermal jetzt das ist jetzt nicht so wichtig ich brauche so moment ja ich brauche holz richtig menschleute müssen wir doch was sagen aber dafür ist das jetzt fertig das ist ja auch gut das ist zu viel so ok dann geht es mal wieder und die hintertür ist da dann geht es mal wieder ans holz schlagen so hoch da und weg mit den bäumen bis auf die zeitlinsen aber ich habe noch zeit ja da muss mir noch ein paar verzierungen einfallen lassen und irgendwie etwas um diese unregel mehr um diese regelmäßigkeit da gerade aufzulockern denn das sieht ja so nicht nicht wirklich nicht gut aus